Wir haben dieser Tage über das Aufbauzertifikat Code XL mit 4 Latten pro Rungenfeld berichtet. Aus Sicht der Fahrer sind das exakt 4 Latten zu viel. Denn das nicht nur schweißtreibende, sondern auch unfallträchtige Hantieren mit den Latten möchte der Fahrer gerne komplett vermeiden. Und das ist auch problemlos möglich mit der KRONE Safe Curtain. Die KRONE Safe Curtain hat vertikal eingeschweißte Edelstahlstreifen, die die Einstecklatten komplett ersetzen. Und die Handlingskräfte liegen quasi unverändert auf dem Niveau der Standardplaner. Die KRONE Safe Curtain ist Code XL tauglich, minimiert das Unfallrisiko, spart jede Menge Zeit und ist leicht zu bedienen. Der Fahrer ist zufrieden und bleibt gesund. Und das Sahnehäubchen? Sie sparen obendrein Gewicht. Circa 60 kg im Vergleich zu Aluminium-Einstecklatten und ganze 90 kg im Vergleich zu Holzlatten. Alles in allem eine Topgeschichte erzählt von KRONE TV.